Heute zeige ich euch wie ihr den Ofen reinigen könnt, Holzofen, und zwar wenn ihr Holzofen habt und habt den über Nacht laufen lassen, sieht der meistens so aus, weil beim Holz, wenn das auf niedriger Flamme läuft, dann bildet sich solche langkettige Öle, ganz viele, und die setzen auf der Scheibe ab. Dazu nehmen wir dann stinknormale Seife, das ist jetzt nicht der, wo da drauf ist, sondern das Wasser mit Seife, das ist mal der eine Dings, aber ich habe in letzter Zeit was super tolles festgestellt, wie man das am besten sauber kriegt, nachher die Scheibe, um die geht es. Man tut das ein bisschen einwirken und dann tut man anschließend mit einem alten Küchenschwamm das sauber, sauber wäscheln, wird er sehr, also ein bisschen einwirken lassen, na Gott, noch hat das Zeugs weg, und da kriegt man nachher die Scheibe sauber, wenn man das hat, aber da bleibt immer der Rand, der Rand scharfe da nie, der ist eigentlich ziemlich zäh, und da gibt es einen Trick, dann nimmt man diese, ich bin ja jetzt momentan der Fan von der Stahlwolle, da gibt es diese Stahlwolle, und die Stahlwolle, die ist weicher als Glas, muss man aber probieren, also das ist jetzt noch unverbindlich, die ist eigentlich, die ist weicher als Glas, und bildet dann demzufolge keine Kratzer, ich fahre jetzt mal ein bisschen hier lang, wenn man da gerade unten immer diese schwarze Ränder hat, die kriegt man gar nicht sauber mit dem Dings, und mit der Stahlwolle kriegt man sie sauber. So, jetzt putzen wir hier mal, dass ich das ein bisschen einwirken, und da macht der Innenraum so lange leer, der Innenraum, da war jetzt ja auch so zum Teil Kohle mit drin, die Kohle bildet immer solche gelbe, gelbe, ich glaube Schwefel, ich glaube Schwefelablage, wenn man Kohle mit rein tut, das ist eigentlich blöd, Holz ist ein bisschen besser, aber auch bei Holz, wenn man es lang betreibt, hat man da auch das gleiche Zeugs drin, Holzöfe bildet immer Staub, und neuere Holzöfe, die haben auch einen Staubfilter, deswegen drin, jetzt haben wir jetzt den ganzen Gusch die Asche tut man dann in so einer Feuerfischbehälter, der muss zwingend aus zwingend aus Metall sein. Jetzt gehen wir noch mal, jetzt haben wir das hier einwirken lassen, jetzt gehen wir noch mal zu der Scheibe ein bisschen, machen das nochmal ein bisschen nass, dann haben wir die großen Teile hier, einfach sauber wischen, machen wir hier den Blitz aus. Und bei den Schwämme, bitte nur die lila, nicht die gelben Schwämme, die gelbe Schwämme, die haben ein Glas, die hat ein Sand mit drin, die Zerstörer, die Scheibe. Dann nehme ich so alte Küchentücher, die irgendwie verbraucht worden sind für die Glasscheibe. So, und was das jetzt gemacht ist, ist hier. Diese Ränder, die kriegt man nie sauber, und die Ränder, die kriegt sauber, wenn du hier Stahlwolle nimmst. Aber, wie gesagt, man muss vorher die Scheibe prüfen, ob die keine Kratzer kriegt. Wenn sie keine Kratzer kriegt, dann kann man das mit einer Stahlwolle machen. Gerade hier zum Beispiel. Was alles rausgemacht hat, dann kann man mit, normalerweise muss man so ein kleines Holz unter mit rein tun. Oder man nimmt Zeitungen zusammen in die Mülle und findet jetzt diese Schicht aufgelagt. In dem Holzgeller nehme ich dann normalerweise große Stückchen, mehrere. und zum Brennen nimmt man normalerweise irgendwelche dünnes Holz, also mittleres, damit es dann gescheit abbrennt. Und jetzt kommt nochmal der Trick, aus den Holzabschnitten, wenn man so einen Garten hat oder sowas. Das hier, wenn man das in Papier einwickelt, das gibt ein richtiges Brennstoff nach. Also, das ist so ein Kleingest, was jeden Sommer im Garten erfüllt. Da nimmst du ein paar Hände davon. Dann nehme ich bei dem Holz ein bisschen Karton. Das hält das Print ein bisschen langsamer. Dann kommt ein bisschen dünneres Holz. Dann machen wir irgendwelches dickeres Holz nach. Zwei Stück. Dann machen wir dazu. Dazu stellen wir beide Züge auf groß. Jetzt warten wir mal. Jetzt warten wir mal. Das war's für heute. Vielen Dank.